Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Playgrounds Battlegrounds. Heute bin ich alleine, aber ich werde heute nochmal wie in letzter Folge mit Seras die Map Karakin ausprobieren. In Anführungszeichen neuen Map, also für mich ist die neu, weil ich spiele in letzter Zeit nicht so viel, wobei ich demnächst wahrscheinlich wieder mehr spielen werde, zwangsmäßig. Denn bei mir in der Firma gibt es demnächst auch Kurzarbeit. Der eine oder andere weiß ja vielleicht, ich arbeite in einem Maschinenbaubetrieb mittelständisch und wir sind recht nah an der Automobilindustrie und Luftfahrtindustrie auch dran. Und aufgrund der Corona-Krise machen die ja gerade alle dicht. Das heißt, wir kriegen unsere Maschinen nicht mehr los. Wir werden zwar nicht unbedingt storniert, aber die Auftragslage ist momentan eher so dürftig. Und wenn wir Maschinen haben, dürfen wir so dort nicht aufstellen. Und deswegen, wie gesagt, geht es für uns ziemlich kurz, aber deswegen habe ich wieder etwas mehr Zeit zum Zocken. Ähm, und Playgrounds, Battlegrounds hoffe ich, dass ich da endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit zu finde, weil es entwickelt sich immer noch weiter, was ich ziemlich beeindruckend finde. Obwohl das Spiel jetzt, wie alt ist? Vier Jahre? Oder noch älter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Ähm, und es gibt immer wieder neue Sachen, das finde ich ziemlich cool. Allerdings merkt man auch langsam, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Also ich habe gerade echt lange auf das Spiel gewartet, muss ich sagen. Das war untypisch. Aber es wird immer noch stark frequentiert von den Spielern. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie tot ist oder so. Aber heute will ich mal wieder zurückkommen, weil ich hatte irgendwo aufgeschnappt letztens, dass es wohl Panzerfäuste mittlerweile im Spiel gibt. Kann mir das jemand bestätigen bitte in den Kommentaren? Ich weiß es nämlich nicht. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also es gibt ja auch Fahrzeuge mittlerweile, äh, interessante Fahrzeuge. Und da würde es ja durchaus Sinn ergeben, da auch mal, ähm, ja, eine Anti-Tank-Waffe ins Spiel zu bringen. Aber Panzerfaust? Ich bin mir nicht so sicher. So, und ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht direkt am Anfang draufgehe. Ich habe gerade schon ein schnelles Ründchen hinter mir mal zum Aufwärmen. Und die war leider äußerst schnell. Lol, was ist das denn? Explosive? Sticky Bomb? Okay, dann vermute ich mal, dass es die... Äh, die, 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 die... Panzerfaust tatsächlich geben könnte. Ist jetzt einfach mal eine Vermutung von mir. Boah, Alter, ich muss mich erst mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Sehr schön. Lull, eine LMP5K. Stimmt, stimmt, die gab es ja auch. Ich erinnere mich. Skorpion. Natürlich nicht so hundertprozentig clever. Oh, mein Gott. Das ist ja ein Waffen-Eldorado. Ist nicht so hundertprozentig clever, dass ich von... ...einer Waffengattung... ...zwei... ...Gewehre habe. Also, beziehungsweise... ...in der Munitionsart, meine ich. Was ist das denn? Diskfragments? Ah, die hatte ich letztens schon mal und habe ich gefragt, für was ich die brauche. Und ich habe es vergessen. Was ich die brauche. Naja. Wir werden es herausfinden. So, ich mache jetzt... ...erst mal zügig in Abgang. Ich würde gerne mal dieses... ...Explosive ausprobieren, aber... ...ich vermute einfach mal, dass sie... ...unfassbar laut sind. Was ist das denn hier? So, erstmal ein bisschen orientieren. Die Map habe ich jetzt genau zweimal gespielt. Beziehungsweise ich spiele sie, glaube ich, gerade das zweite Mal. Lukas habe ich die auf jeden Fall schon einmal gezockt. Habe ich die nochmal alleine gespielt? Ich glaube nicht. Ich nehme lieber die hier. Ich hätte hierfür gerne ein anderes Scope für die Waffe. Das war knapp. Hat der irgendwas Interessantes noch? Der hat doch bestimmt einen Dreier-Rucksack. Was sind das denn? Was zum Teufel? Was ist das für komische Sachen? Ne, der hat keinen Dreier-Rucksack. Ein Zweier-Rucksack. Aber hey, ich habe einen Kill gemacht. Stimmt, es gibt ja zerstörbare Gebäude mittlerweile. Da war ja was. Oh, Leute. Ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß das Sprengradius von denen ist. Aber ich muss das jetzt mal testen. Okay, das war jetzt enttäuschend. Und vor allem gehen die einfach nach Zeit hoch. Und damit habe ich nicht gerechnet. Das macht mir Sorge. Wie viel Muni habe ich denn? 118. Das ist tatsächlich ein bisschen wenig vielleicht. Noch mehr Heilzeug brauche ich wirklich nicht. Mal mal kurz auf die Map gucken. Boah, passt. Was ist denn das da für eine blaue Zone hier? Kenne ich auch noch nicht. Oh, gut, irgendwie. Ich habe so das Gefühl. Kann das sein, dass man mit guten Waffen nicht zugeschissen wird? Ich habe da gerade einen Gegner gesehen. Okay. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, in den Städten rumzulaufen. Aber vielleicht ist es tatsächlich mal die bessere Variante für den Anfang. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwie aufs Dach kommen. Mit der Hoffnung, dass man da ein bisschen besseren Überblick hier über den Laden hat. Aber hier geht es nicht weiter hoch, oder? Nein, nicht wirklich. Okay, hier hat man null Übersicht. Und ich muss tatsächlich nicht großartig meine Position wechseln. Das finde ich gut. Ich werde heute relativ soft and easy spielen. In der Hoffnung, dass ich es ein bisschen länger durchhalte. Von, ich glaube, Anfang war es, glaube ich, 69 oder 65 oder sowas. Bin ich jetzt immerhin schon bei Top 17. Ist erst mal okay. Was ist das denn? DBS. Das scheint mir eine Schrottflinte zu sein. Okay, und das finde ich nicht so gut. Kann das sein, dass jetzt gleich so ein Luftschlag runterkommt? Ähm, ja. Ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert oder ob es das jetzt schon war. Weil auf der Map wird nichts mehr angezeigt. Sorry, irgendwie noch nach geilem Loot. Wurde ich am Anfang so mit Zeug zugekackt. Irgendwie 3er Schutzausrüstung oder sowas wäre cool. Ich weiß, das ist gerade so ein bisschen lame, aber ich muss erst mal wieder ins Spiel reinkommen. Also wenn ich Möglichkeit hätte, würde ich mich irgendwo da oben auf dem, okay, auf dem Berg hocken, wollte ich gerade sagen. Aber die Zone ist auf dem Berg. Das heißt, derjenige würde seine Position bald verlieren. Aber das könnte meine Chance sein. Da haben wir doch schon einen Kandidaten. Da haben wir auch einen. Alter, da sind drei. Direkt nebeneinander. Ich habe keine Ahnung, ob meine Scheiße überhaupt ankommen auf die Entfernung. Hm. Bleib jetzt erst mal hier. Weil ich glaube, dass diese Position gar nicht so kacke ist. Vor allem bin ich am schmalen Ende. Das heißt, bis es zu mir kommt, dauert es am längsten. Aber ich gehe mal das Stockwerk schon mal runter. Scheiße, hier ist aber kein Fenster. Na gut. Alter. Also, was zum Teufel. Das ist ja wohl der Hammer. Das ist ja wohl der Hammer. Oh, ich habe es abgebrochen. 150 Schuss. Ähm. Kommt ja jetzt schon. Da liegt einfach ne M249 rum. Einfach so. In der Gegend. Das ist der Hammer. Hammer. Das gab es früher aber nicht. Das schalte ich mal auf Einzelschuss um. Ich möchte nicht den Fehler begehen, hier oben zu dem Turm zu gehen. Weil das ist wie ein Leuchtturm. Scheiße. Das ist wie ein Leuchtturm. Wobei meine grün-gelben Schoner da, die sind auch nicht unbedingt besser. Ah, der. Shit. Jetzt weiß er auf jeden Fall, dass ich da bin. Ersha? Wasser. Ersha? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie im Todeskessel gelaufen bin. Aber ich verspreche mir gerade dadurch ein bisschen Deckung. Scheiße. Todeskessel war es jetzt nicht unbedingt, aber das war reudig. Von wo war das? Das war von hinten natürlich. Das heißt aber, nee. Der ist nicht... Oh mein Gott, der wird sich über ein schönes gewehrt. Nee, wird er nicht. Der nimmt nicht meine 249 mit. Ist die nicht geil? Ist ja reudig. Naja, gut. Schade, aber hey. Ich habe einen Kill gemacht und ich habe Leute beschossen. Für eine erste Runde nach wieder ein paar Wochen nicht so schlecht. Und jetzt möchte ich zumindest noch kurz mal was ausprobieren. Und zwar habe ich gesehen, gibt es hier ein Fantasy Battle Royale. Ich vermute mal noch ein April Scherz Event. Und ich bin so gespannt, das sieht so derb aus. Dass ich mir ehrlich gesagt noch nicht weiß, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich habe schon mitbekommen, also es gibt halt irgendwie Magier, Ranger, Barbarian, Paladin und so, ne? Äh, Melee und nicht Melee Kämpfer. Und ich vermute mal, dass ich erst mal auf den Zauber AG Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Wir spielen auf Errangel. Finde ich schon mal gut. Die Map kenne ich wenigstens. Wobei, nach den ganzen Updates, die ich nicht mitgemacht habe. Hm. Hm. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die noch kenne. Aber, so what? Einfach ein bisschen Spaß haben. Äh. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Möchte ich nur kurz schon mal von weg sagen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Also, ich vermute, wir spielen einfach ganz normales Battle Royale mit abgefahrenen Fertigkeiten oder Waffen. Aber ich habe keine Ahnung, ob man Loot finden kann. Ich habe keine Ahnung, ob man irgendwie Fertigkeiten leveln kann in irgendeiner Form. Oder was auch immer. Aber das werden wir überhaupt nicht gleich erfahren. Ich weiß nicht. Immer, wenn ich hier in diesen Turm reinlaufe, stelle ich mir vor, ich würde gerne mal hochklettern. Aber ich glaube, ich würde mir sowas von in die Hose machen. Naja. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Ich weiß nicht, wie hier das Teamplay so ist. Das hat auf jeden Fall einer eine Markierung gemacht. Können wir gerne einfach mal zusammen abspringen. Wird schon hinhauen. Loll, man kann Wegpunkte nacheinander machen. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht, dass das mittlerweile geht. Ich vermute mal, dass wir hier zu dieser Häusergruppe fliegen. Ist das korrekt? Ah, guck mal, cooler Fallschirm auf jeden Fall. er ist so im jönischen und die kriege ich jetzt genau woher ok das ist barbarian zeug noch mehr barbarian zeug vermute mal dass das nicht gut für mich ist wenn ich nur barbarian zeug finde haladin zeug eins davon muss jetzt für mich sein also wizard zeug ich habe keinen blassen dunst was ich tun muss ich kann einfach nur fireballs werfen und der cooldown ist echt lange ich verstehe nicht was ich machen muss na gut aber ganz hoffentlich noch herausfinden so kompliziert wird sehr wohl hoffentlich nicht sein ich sammle jetzt erstmal von diesem zeug ein für diese kristall in der hoffnung dass irgendwie noch mal einer mit meiner farbe druck kommt ja der war jetzt mit meiner farbe aber das kann ich damit tun blau ist meine farbe so nochmal kurz gucken a weapon that shoots explosive projectiles in an arc ich kann hier craft item machen protection power nicht sicher wird aber halt auch nix erklärt kann auf jeden fall mein feuerball einmal werfen das wird bestimmt helfen wenn wir gegner gegenüber stehen da ist noch blauer könnte jetzt in anführungszeichen ein halbes quad versorgen aber ich kann nix selbst machen mit dem zeug ich laufe jetzt erstmal in richtung meines squads gibt es eigentlich eine hilfe lol was ist was ich drücke gerade die f tasten durch ich wusste nicht wusste nicht dass das geht oh mein gott was ist denn das hier eigentlich für ein zeug hier das ist das da flair ok wir steigen anscheinend ab ich sammle einfach alles ein dass ich bei drei bäumen ist ok also er sammelt auf jeden fall nicht alles ein kann das auch wahrscheinlich breche ich mir jetzt ganz ganz gräten ah guck mal ich kann jetzt irgendwas tun ach dafür habe ich einfach zwei gebraucht so craften wir mal die kacke das muss ich nicht verstehen oder sehe ich das irgendwie falsch ok ich hätte einfach nachladen sollen was macht das hier ok fireball spell every 20 seconds und ein one spell every die frage ist jetzt für mich one spell also schlagen kann ich ja ok ich schlage jetzt mal nach ich will was passiert jetzt geht das zeug jetzt weg ja es geht weg aber da dreht sich jetzt kleines kreischen und vielleicht habe ich jetzt gleich wieder vier weiß es nicht aber gut jetzt habe ich zumindest das spielprinzip verstanden das hat auf jeden fall was für ihn gebracht ist gut vielleicht denken die ja ich bin voller pro guck mal leute hier oben ach so einen ranger haben wir glaube ich gar nicht wäre aber vielleicht clever gewesen weil jetzt nehmen wir uns quasi gerade die das talle weg naja gut ok stimmt eigentlich die brauche ich gar nicht aufsammeln die dinge brauche auch kein mensch wie viel brauche ich denn jetzt dafür noch sechs ok das wird mit auf dauer sehr sehr teuer das zeug auch keine ahnung wo wir hin müssen aber wir laufen auf jeden fall in die richtige richtung ok jetzt erst mal hier gleich in das bütchen rein problem ist natürlich ich schlag mich jetzt mit dem anderen magier um die kristalle was ein bisschen unkühl ist aber müssen wir jetzt halt mit leben ja super oh alter immer schön unauffällig bleiben was soll man machen also wenn die clever wären würden wir alle gegenseitig die dinger mitnehmen boah alter gehen wir auf den sack ok da ist auch nichts drin nur bandagen ok da kommen wir sind sogar automatisch in die richtige richtung gelaufen haben wir doch glück gehabt aber ich werde jetzt tatsächlich gerne mal ein gegnerisches quad sehen alles sieht bestimmt cool aus wenn so ein haufen feuerbälle rumfliegen ok wir haben kontakt ok die fahren mit einkaufswägen womit ich das richtig gesehen habe ne sah nur so aus ach du scheiße was ist hier los und unseren anderen magier hat es schon zerlegt frage ist jetzt für mich kann ich den noch looten haupte ist fast alter so ein horder erst mal die max hp hochballern so jetzt wird es interessant voll aufgerühlt naja voll noch nicht es gibt auf jeden fall ein bisschen was hier schön viel blau ist gut ich habe gerade einen schreck gekriegt da sitzt jemand ich laufe einfach mal unserem nahkämpfer hinterher hat der ein muscle suit an sieht glaube ich so aus ich habe einfach die karre da nehmen können weißt du was ich gehe jetzt mal kurz gucken ob die geht weil die sieht brauchbar aus die sieht sehr brauchbar aus vor allem kannst du damit auch mal Leute platt fahren nicht mehr zum komischen moped da rumeiern da bin ich oh verdammt komm schon zeigt euch komm schon sehr schön oh gottes willen die lassen sich killen ok sie haben sich killen lassen sehr schön treffer komm das jetzt her oh man was ein scheiß aber es ist witzig ähm jo ne ich würde sagen aber das war es für heute bin mir nicht sicher ob ich mir das nochmal antun werde wobei irgendwie hat was aber typischer april scherz für eine runde ist es gut aber dann war es das auch ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut mit mir auch ich bedanke mich für heute ist es zu dir es geht es gut zu dir es geht es geht es geht es geht es geht es geht es gut zu dir Vielen Dank.